Meine Damen und Herren, habe ich Halluzinationen und da sitzt der Helmut Zerwin am Keyboard. Nein, er ist es. Alles ist gut. Denn mit Musik geht alles besser. Helmut hat uns wieder eine kleine beschwingte Melodie mitgebracht. Es ist schön, wenn man ein Thema hat, zu dem man singen kann, aber noch schöner ist es, wenn man dieses Thema nicht verrät erst mal und einfach wahllos irgendwelche Begriffe sammelt, die man den Kollegen dann um die Ohren knallt, die sie dann ins Lied einbauen müssen. Also sagen sie jetzt irgendwas, was ihnen einfällt. Nacktschnecke hört ich, Nacktschnecke. Moment. So, jetzt hier was. Gabel. Gabel. Jetzt, ich war, da. Bratwurst, Bratgerät. Brat, oieieieieieieiei. Das ist ja total super zum Reichen. In Au. Bratwurst, au, jetzt habe ich Brat verpasst. Bratwurst, Bratgerät. Bratwurst, Bratgerät. Ich hoffe, es könnt ihr noch sehen. Bratwurst, Bratgerät. So, und jetzt ein nächstes von da. Was? Kratoffelsack. 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 Das singt sich unglaublich schön. Die guckt ihr Mann an und sagt Kratoffelsack. Aber am meisten freue ich mich doch auf Bratwurst, Bratgerät. Und du schönes Bratwurst, Bratgerät. So, okay. Und es wird ein schönes Lied gegen die Winterdepression. Genau. Dachte ich vielleicht so ein bisschen Reggae-Groove. Oh, cool. Ja, sehr schön. Also Kinder, singt für den Sommer gegen den Winter und baut ein. Und dann das. Okay. Ei, 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 ei. Oi, oi, oi. Oi, oi. Hey, draußen wird es dunkel. Das ist wirklich nicht gut. Ich zieh mich gerne nackend aus. Denn nacktschnecken sehen super aus. Ich klau mir dann ne Gabel, weil ich keine habe. Und wenn die Sonne wieder tief steht, geh ich zum Bratwurst, Bratgerät. Winterdepressionen, die sich wirklich lohnen. Hey. Das sind Winterdepressionen, die sich wirklich lohnen. Hey. Nimm dir nen Kartoffelsack und streif ihn einfach über. Wir hatten schon das Bratwurst-Bratgerät. Egal. Doch dafür ist es nie zu spät. Nee. Oh, nee. Ich fühl mich wie ne'n Abschnecke. Und komm einfach nicht zu Potte. Ich hab eine Gabel. Ja, ja, ja. Nach dem Giffen kommt die Nadel. Winterdepressionen, die sich wirklich lohnen. Winterdepressionen, die sich wirklich lohnen. Hey. Yeah. Und wir sehen uns gleich nach einer ganz, ganz kleinen Pause. Mein RTL. Das war's auch wieder bei Freistaatze XXL. Ich bedanke mich bei diesen fünf wunderbaren Comedians, Musikern, was sie auch immer sind. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.